Wohin? So, ja, dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Hoffe ich. Vielleicht noch eine Laufel. Noch ein Kajar-Soldat. Gibt es Überlebende? Wenigstens ein schneller Tod. Okay. Bis da rüber und da drüben sind... Das sind doch böse, oder? Vanditen, ja. Gibt euch mal gegen die. So, wie die weggeklappt werden, Alter. Mal ebenso. So, wir müssen aber der Spur lang. Hier lang. Was ist denn hier? Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Spur markieren. Wohin? Ey. So. Da hoch. Finden wir jetzt eine Leiche. Oder ein unglaublich gutes Versteck. Wir sehen uns später. So, to be continued. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Richtig. Yeah. Kaninchenhaut. Sehr nice. Nehmen wir mit. Spur aufheben. Der ist hier ins Wasser, ne? Ja, ne? Was? Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Also da rüber. Wollen wir mal gucken, oder? Wollen wir nicht tauchen? Und wieder hoch. So, was ich jetzt auch nochmal eben gucken möchte, ist, wie viel Fertigkeitspunkte haben wir? Acht. Wir haben schon wieder acht Fertigkeitspunkte. Sehr geil. So, zwei dafür, drei, das sind fünf. Fünf, und das wären acht. Dann hätten wir diese Reihe auch. Fertig. Das ist Fallen, Entschärfen. Okay. Munitionsbauer. Stell mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Okay. Fallen und Stolperdrähte können entschärft und erneut verwendet werden. Ah. Sehr geil. Muss ich sagen. Sehr geil. Dann können wir vielleicht unsere eigenen auch selbst entschärfen und wieder mitnehmen. Verlängert die Überbrückung von Maschinen auf unbegrenzte Zeit. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist um 50%. Erhört die maximale Dauer von Konzentration. Das finde ich auch natürlich sehr nice. Benutzen wir auch regelmäßig. Ducken macht dich für deine Feinde schwer sichtbar. Das ist natürlich auch gut und passt. So. Haben wir alle Punkte weg. Und. Inventar. Modifikation. Nein, 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 nein. Herstellen. Kapazität. Den Kaninchenzeug. Können wir. Braucht nichts upgraden. Okay. Keine weiteren Akku jetzt verfügbar. Was brauchen wir? Fischhaut. Okay. Das ist noch offen. Fischgeräte. Rattenknochen. Fischgeräte. Wildschweinhaut. Also Fisch und Wildschwein. Das kann nicht schaden. Vorsicht vor der Maschine. Das sieht nicht freundlich aus. Schnappmaul. So, aber. Komm. Ja, da kommen sie. Da kommen sie. Alter, was ist das für ein Brecher, Alter. Alter. Das geht auch nicht rein, ne? Das ist schon leer. Ich will es mich verändern. Wow. Wow. Sehr nice. Maschinenkill, Bauteil entfernt. Wow. Das war ein Kaja-Bogen. Okay. So was kriegen wir sogar von denen. Wusste ich gar nicht. So. So. Ration auffüllen. Okay, von denen haben wir alles mehr als genug. Ja, Fallen hat er jetzt alle ausgelöst, ne? Die hat er alle vollkommen platt gemacht. So. Nein, ich trage Kapazität. Inventar. Nicht Modifikation und Rohstoffe. So. Das ist verwüster Linse. Ich weiß nicht. Eigentlich bräuchten wir sie gar nicht wirklich so zum Verkaufen für irgendwas. Weil ich habe schon Bock auf einen neuen Bogen. Neurüstung haben wir ja gerade bekommen. Erst. Aber ich habe noch Bock auf so einen neuen Bogen. Ich schmeiße das jetzt mal weg. Weil die Lohe möchte ich mitnehmen. Ich habe jetzt auch gerade Kühlsaft weggeworfen, ne? Ne, mit Metallgefäß haben wir weggeschmissen. So. Können wir dann damit was anfangen? Natürlich nicht. Ja, das können wir ja vollmachen. Aber dieses Eis hat gar nichts gebracht. Also, gar nichts. Was ist das denn? So, Kühlsaft. Doch, wirklich null. Auch gut, dass uns das Ding nicht getroffen hat. Was geht denn hier ab? Ja, wir müssen mal hier hin, oder? Okay, ist da lang. Ist jetzt hier runter? Bei der Sonne, bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne. Ich gab dem Biest den Rest. Doch dann verpasst dich das Fest. Ich langt ins Bierfass ohne Unterlass. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne, bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne. Ist das Tor versperrt? Da ist er doch. Ist mein Leben nichts mehr wert? Was brützt denn hier so rum? Alles gut, wir können dir auch helfen, Digga. Dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappenhaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Stell dir vor. Willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich wollte nicht in der Fremde sterben. Wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. So, entfernt. Begib dich zum Grabhort. Was geht da jetzt alleine? Was ist denn mit dir, Digga? So, okay. Stufe 28 erreicht. Optimal. Da ist das Vieh. Haben wir auch schon fertig gemacht. Da singen hier irgendwelche banalen Lieder. So. Was, 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 was? Okay, 2250 Meter. Passt schon. So, Quests. Aufträge. Ja, na, na, na. Was? Kollateralschaden. Aufträge haben wir da noch. Banditenlager. Banditenlager, Zweizahn. Haben wir auch noch. Da, siebeneinhalbtausend. B. Ja, ist halt nicht wenig, ne? Neben Mission haben wir ja auch noch einen Moment. Das, nö, nö, nö. Welche haben wir denn jetzt ausgewählt? Die Hauptmission, ne? Weißt du was? Wir machen das erstmal und schließen das jetzt auch ab. Wenn wir das hier auch schon fertig gemacht haben. Ja. Das ist eigentlich, äh, völlig egal, wo, wo wir jetzt hier eigentlich hinreisen. Aber passt schon. So, wir reisen jetzt erstmal dahin. Da ist noch direkt auch ein Händler. Das ist sehr, sehr geil. Da können wir vielleicht ein bisschen was verticken und, und, äh, lohe Heiltränke mitnehmen. Heiltränke möchte ich nämlich auch noch ein paar haben. Jetzt nur die Kräuter ist jetzt auch nicht so easy-beasy. Das Ware vom Waren. Und deswegen gucken wir einfach mal, was der Händler so am Start hat. Was für Stoff. Was für Guten. Ja, haben wir schon wieder einen Fertigkeitspunkt. Auch sehr geil. Und, äh, Feuer wird durch dieses Symbol dargestellt. Feuer verursacht. So. Flinke Feile und scharfe Klingen. Ja, ja, ja. Erzähl mal. So, kaufen. Aber er hat nicht diese Waffen, ne? Wo bin ich denn? Waffen. So. Aber er hat nicht diese, diese Waffen, die ich haben will. Das ist Abturn. Schattenschleuder. Haben wir die nicht? Äh, Waffen. Was haben wir denn für eine Schleuder? Seilwerfer. Schatten. Stolperfalle. Kajalschleuder. Okay, haben wir doch nicht. Jo, dann. Können wir die eigentlich mal mitnehmen, ne? Rohstoffe. Was können wir denn hier verscherbeln? Nein, 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 nein. Mehr verkaufen. Guck mal, Alter. Kriegen wir direkt. Weiß nicht, wie viel von. Für, meine ich. Entschuldigung. Für Wüsterlinse. So, das müsste erst mal reichen für den Bogen. Schattenschleuder. Sehr selten ausrüsten. Und unsere Schleuder weg. Die verkaufe ich auch direkt. Weg damit. Jetzt brauchen wir. Passt schon. So. Sehr, sehr nice. Unsere Rüstung hier. Sehr, sehr cool. Äh. Was anderes hast du nicht am Start, ne? Outfits. Äh. Haben wir ja jetzt den. Den haben wir ja. Diese haben wir. Könnte man sogar noch einkaufen von. Äh. Aber. Brauchen wir nicht. Der sieht auch sehr geil aus. Läuferherz. Müssen wir nun Läuferherz für beschaffen. Rückenherz. Äh. Der ausgeglichenste ist natürlich der hier. Nora. Überleben. Schwer. Ne. Yeah. Man sieht das ja alles. 15, 15, 15. Ne. Der hat halt Nahkampf. Ist er da sehr gut. Schockwiderstandstränke. Habe ich jetzt gekauft, ne? Nein, Alter. Ich benutze die ja gar nicht. Deswegen. Eiswiderstandstrank. Könnten die eigentlich weg? Stärkungstrank. Gesundheitsstärkung. 15, 15. Ein Trank. D-D-D. Zur Erholung und Heilung. Oder um die Gesundheit kurzzeitig über das Maximum zu erhöhen. Das ist. Äh. Was? Schockwiderstand. Ich benutze die ja gar nicht. Springfall natürlich. Die. Benutzen wir sehr oft. Abriss. Eis. Pervers. So. Das braucht man nicht. Schaden. Schock. Oh nice. Abriss. 13%. Eis. Abriss. Weg. Das sind so. Lobob Dinger sage ich mal. 5% Schock. Was soll ich damit? Wenn wir hier schon Verderbnis abrissen und so. Oder hier 10% Schock. Schon. Unter aller Sau hier. So. So. Was haben wir hier. Verderbnis schutz. Brauchen wir nicht. Handhabung. 10%. 5%. Das ist. Eigentlich nichts. Der eine war jetzt vielleicht noch ganz okay. Weil er mehrere Sachen beinhaltet hat. So wie hier. Feuerschutz und Fernangriffsschutz. Feuerschutz. Eisschutz. Das ist dann aber eher für die Anziehsachen. Outfits. Die schmeiße ich nicht weg. Rohstoff. Ein bisschen. Müssen wir hier auch ein bisschen Platz machen. Aber nur ein Lidl Beat. So. 100. Was ist denn das? Zünder. Guck mal wie viele Zünder ich habe. Na. So. Kaufen. Rohstoffe. Lohe. Alter. Es ist ja aber auch ein Kurs verloren. Weißt du. Was kannst du behalten. Äh. Wo hast du denn deine Gesundheitstränke. Hier. Nehmen wir mal einen starken mit. Drei Stück. Und. Vier schwache. Oder schwächere. So. Aber. Ne 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 ne. Herstellen. Waffenmodifikation. Seilfeuerförder. Feuerschaden. Feuerabriss. Eis. Schock. Abriss. Handhabung. Plus 10% Schadung. Handhabung. Schaden. Schock. Episch. Guck mal. Hier haben wir nur. Handhabung. 53%. Aber guck mal. Hier haben wir 41% Handhabung. 15% Schaden. Und 11% Schock. Episch. Drauf. Und das ist mir nicht mal Lila. Weißt du was ich meine. Von daher. Sehr gut. Äh. Was ist das? Das. Das. Schaden. Schock. Wird dadurch nochmal erhöht. Feuer und Abriss. Eis und Abriss. Ne. Dann machen wir. Wie haben wir jetzt? Schock ne. Hier war ja Schock. 11%. Feuer. Handhabung und Schaden. Aber Schaden. Abriss macht das ja eigentlich auch nicht. Eis. 41% Eis. Ja. Komm. Machen wir die rein. So. Gucken wir mal hier im Bogen. Schaden. Abriss und Schaden. Eis. Feuer. Handhabung plus 10% Schaden. 21% Schaden und Schock. Abriss. Eis. Feuer. Handhabung plus 42 Punkte. Guck mal. Das sind ja direkt drei Striche. Dann Schaden hätten wir auch nochmal ein Pluspunkt mehr. Ja. Aber hier zwei. Zwei. Und vier. Abbriss und Schaden. Was haben wir hier? Schaden und Schock. Abriss und Eis. Ach. Lassen wir erstmal noch so. Modifikation. Äh. Döööööö. Welche haben wir an? Wir haben ja. Nööööö. Wir haben die an. So. Was haben wir denn hier noch? Ja. Leider müssen wir nicht weg machen. Guck mal hier. Feuerschutz. Fernergriffschutz. Verderbnissschutz. sowas Nices haben wir nicht mehr. Von daher alles gut. Nö, nö, nö. Ihr habt doch hier ein Feuer, ne? Super. Gehen wir eben dran. Alles speichern. Er ist ja nicht mehr allzu weit. Im Ziel entfernt. Das ist eigentlich auch das Dorf, was von Maschinen angegriffen wurde, ne? Was so gut mit den Maschinen klappt.